Tja, Sabrina sang uns noch ganz kurz stark von Ich und Ich, hat es dann aber schnell abgebrochen und ist verschwunden. Also eigentlich war ja schon das erste Lied nicht gut, war hauptsächlich eigentlich, oder eher durchweg schief. Fragt man sich, warum muss denn noch das zweite gesungen werden? Braucht man bei DSDS so dringend TV-Content, Bildmaterial, was man senden kann, um sich sozusagen an sowas dumm und dämlich zu verdienen? Unnötig.